Mein Name ist Marion Abel, ich bin 33 Jahre alt und begrüße dich heute hier im Versuchsbereich der HW Hydraulik SE am Standort in Kaufbeuren. Ich habe Maschinenbau an der Hochschule in Kempten studiert und meine Karriere als Versuchsingenieurin in einem mittelständischen Unternehmen im Allgäu im Bereich der Fahrzeugprüftechnik begonnen, was eine solide Grundlage für meine Aufgaben bei HW Hydraulik gebildet hat. Die Vielfältigkeit und die gemeinsame Erarbeitung von Lösungen mit meinem Team und mit den netten Kollegen. Generell die familiäre Atmosphäre bei HW Hydraulik. Das alles sind Gründe, warum ich jeden Tag wirklich gerne zur Arbeit gehe. Ich verbringe gern Zeit mit meinen Freunden, die ich übrigens im Studium an der Hochschule Kempten kennengelernt habe. Und da wir im wunderschönen Allgäu leben, kommt man um Freizeitaktivitäten in den Bergen an und in den Seen gar nicht drum rum. Zudem treibe ich viel Sport, Laufen ist meine Disziplin und dafür trainiere ich wirklich leidenschaftlich. Auch im Privaten ist mir meine Weiterbildung in Form meiner Promotion wichtig. Ich bin glücklich mit meinem Weg und dir wünsche ich, dass es genauso laufen wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.